Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die, gejagt von Zombies. Hallo, grüß euch und dann, du in der Perl. Ja, den Trailerfrag wollen wir natürlich machen. Deswegen, tschüss und nein, und tschüss. Weg mit den Zombies. Achtung. Da kriegt der Quelle drauf. Okay. Oh, der war eh schon. Irgendwo ist Mist, der kann doch nicht. Ach, komm, komm, ja. Ja. Du kannst dich schon mal rausnehmen, wie macht er den Beinenden. Oh, die kleine Schwester. So. Irgendwie habe ich jetzt das Unruhe geflogen. Wie? Ich bin rund um mich, wie es mir. Oh, da ist nichts. Ich kann das alles nicht mehr nehmen. Nein. So, ah, das Scrap mal. Nägel weg damit, wie es klappt. Ähm, das wird das klappt. Ähm, das wird das klappt. Es gibt momentan ein riesiges Weipteil, bei mir ist es besser leer, aber es wird jetzt drauf machen. Okay, nein, bei mir nicht. Ähm, wie gesagt, äh, ein bisschen Othello wäre vielleicht nicht schlecht, von den Leichen, um Fackeln zu machen. Ja, ich habe, äh, abgebaut, ich habe es noch nicht mehr aufnehmen können. So, irgend oder im Trailerpark hören oder was? Ja, bitte einmal vorsichtig reinwagen. Okay. Vielleicht können wir dann einmal was zusammenlegen. Ach, da wären einige hat's und auch so... Oh Gott, da wäre so viel Zeug. Ah. Ja. Soll ich die Tür aufschlagen. Oh, Bier. Oh. Geht nebens rein, die muss ich auch aufschlagen. So, na dann, ich trinke mal das Bier. Prost. Danke. So, ich bin hier jetzt mal. Okay, das ist Käse. Genau, Scrapped. Alles Mögliche wird gescrapped. Und 92, 2, uh, 2, uh, 92, das wird gescrapped. Hm. Da hinten hätten wir... Eine Box. Schon wieder ein Bier. Alles klar. Oh, ich sauf wieder jetzt dann mit ein paar Bier. Hm. Gut, das war der erste Wagen. Äh, wir sollten uns irgendeinen Wagen nehmen, zum, äh, oder den Einkaufswagen, wo wir austauschen und was reinlegen, zwischenzeitlich. Ja, den schlagen uns relativ schnell weg, aber da drinnen, es steht ein Kühlschrank, ein großer. Oder dort, die, äh, den Ofen. Der ging ja auch. Genau, ja. Aber dann tue ich einfach mal kloppert rein, zum Beispiel zu den Waffen. Ah, das, das wäre cool. Was dann alles irgendwo... Ah, das bleibt. Vielleicht kannst du eher was stecken. Gleich, wenn du da alles drinnen hast, schau. Mhm. So. Was magst du mit mir dann stehen, die Gäste? Nächste Tür. Hm, nächste Tür. Nein, das ist doch die Gegend. Diese, wo ist die Nächste? Ah, da ist es drinnen. Okay. So, ist offen. Es hört sich an, wie wenn da irgendwo wer wäre. Kannst schon mal schauen. Da ist nichts dran. Okay. Wie? Wie? Eine Wanderhorde. Und zwar quasi das erste Wagen. Jo. Haus aus dem Trinopark. Guck, die werden nicht alle erledigen jetzt. Nö. Dann schauen wir mal weiter. Okay. Oh, oh, oh. Warte mal. Das ist gleich... Das ist das Radioaktive, oder? Shit. Okay. Ja, das ist das Radioaktive. Guck mal. Jo. Jo. Da sind sie. Okay, Jungs. Da freut er. Ähm. Ja? Ja, an denen vorbei. Ich glaube, es war ja weiter vorne. War nur mehr Abbiegung. Dann wieder Richtung Süden. Dann müssen wir denen. Okay. Immer weiter marschieren. Immer weiter marschieren. Okay, der brennt da. Ja, genau da vorne ist er, ne? Du. Eine Wandergriecher Horde. Stark. Das sehe ich das erste Mal. Wandergriecher kommen hinterbei durch. Ja. Etwas mehr. Wie immer die Nachzüge. Oh, jede Menge. Äh. Ja. Oh, das mit dem Zombie, der Feuer fangt. Spannend. Cool. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich habe jetzt natürlich einiges bei denen im Ofen gelassen. Ja, das macht nichts. Das kann auch mal rückwirkend noch immer holen. Da haben wir das Eisnetz genommen. Das schmeißen wir auch wieder rein. Ich schaue aber, was ich sonst noch die Eier. Ich glaube, ich werde da reingeben. Das Schmerzmittel. Warte mal. Das leeres Glas. Ja. Das brauche ich alles nicht mit. Der AK-740 schafft. Das ist zwar super. Die Munition ist auch toll. Aber ich brauche sie jetzt nicht. Das können wir später noch nicht mehr holen. Wir müssen sich halt nur merken, wo wir waren. Ja, ja. So. Okay, der Hunger ist vorbei. Schau mal, da vorne kommt ein Ort. Ja, genau. Das sollte jetzt, glaube ich, diese Wüstenwesternstadt sein. Cool. Die PAE-Schweinebacke. Genau. Oh, ja, und da kreuchen und fleuchen sie schon. Ich glaube, ich mache mir noch geschwindet ein paar Arrows. Mit den Federn, die ich habe. Was ich habe, habe ich ja. Mhm. Aufpassen wegen den Hunden. Oh. Ich mag keine Hunde. Habe ich das irgendwann schon mal erwähnt? Ist das... Der hat aber nicht einen Kaupehut aus. Oh, ja. Ich glaube, das sehe ich auch. Ist das witzig. Das wäre... Allerdings, äh... Es ist 16.22 Uhr, wenn wir sie hier irgendwo einnisten könnten, wäre cool. Genau. Und? Du, mit mir nicht. He, he, he. Keiner zieht schneller. Okay, da kommt der Erste. Ja. Ich nehme den links, klar. Rechts. Mit dem Korb im Schild. Oh. Fuck. Fuck. Ich komme nicht weg. Scheiße. Sorry. Warum hat der wieder daneben geschossen? Ich habe über den ganzen Bildschirm den Kopf und der trinkt noch. Leck mich doch. Der ist... ... ... ... ... Der auch, klar. Ja. So. Der auch. Okay. Irgendwann rechts. ... 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 Keinigen Geschehens. So, ihr habt ein Fett herausbekommen. Das hat ein Fleisch schmeiße weg. Ich habe auch da drei Fett. Ich schmeiße auch die Knochen weg. Oh, Friedhof. Ist denn bei einem Friedhof nicht in Särgen was zu holen? Das ist ja cool. Ich habe mal ganz geschwinde eine Schaufel. Nein, ehrlich. Du puttelst die jetzt aus, oder was? Sicher. Gott, stören. Der Totenruhe. Sei nicht so zimperlich. Gibt es ja nicht. Du weißt schon, dass wir aufnehmen. Und da habe ich schon den Sarg gefunden. Na bitte. Ich schau da weiter an. Was macht das? Ich bin am Grabschindern. Ja. Sehr schön. Klar. Ja. Oh, Federn und Patronenhülsen. Die finde ich aber ohne Grabschindung auch. Oh, es ist ja so interessanter so. Aber keine Angst, es ist nirgends viel drinnen. So, also wie gesagt, es ist überall ein Sarg und überall verklebt was zu finden. Ist halt immer die Frage was, ne? Was soll das da eigentlich sein? Witzig. Witzig. Ein Nestchen. Sehr schön. Für da. Da, ja, da. So. Oh, dreimal Fertilizer. Das ist gut. Der hat Sinn gemacht. Vielleicht noch. Nix. Waren schon notwendig beim Mitgehen. So. Ähm. Ja. Nimmer. Oh. Ja. Ein Safe. Okay. So, wie kommen wir zu dem jetzt am besten? Ähm. Ist das da das Holz, oder? Nein. Geil. Geil. Von hinten, klar. Gut. Das werde ich auch scrippen. Ist falsch. Ähm. Dann werde ich arbeiten. Das. Bevor ich gar keine... Äh. Also Poliz... Äh. 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 Ist falsch. Du bist da hinten reingekommen, rundherum, oder wie? Ich habe mich einfach durch die Rückwand gehackt, ja. Ah ja. Ähm. Ich mache inzwischen das Haus da drüben, wo wir... Da war ich schon. Okay. Ist schon erledigt. Ah. Da vorne ist noch ein... Das ist ja hier. In Beryl. Ach Gott. Jetzt sieht mich schon wieder einer. Ich kann auch irgendeine Hülle entfüllen. So. Shit, shit. Der kommt auf mich zu. Jetzt nicht mehr. Space Dx. Aufpassen. Da stehen überall Fässer herum. Nett, dass ihr fast drauf habt, meinst du? Hatten wir ja schon irgendwann. Ja. Ja, da gehen wir jetzt auch jetzt jede Menge Zeugs. Mhm. Äh. Ich würde sagen, wir suchen unsere Hütte zum Niederlassen. Ja. Oder wir laufen retour auf direktem Weg. Solltet das... Äh. Es ist... Schön ausgehen. 13 Uhr. Na ja. Ja, aber dann kommen wir nicht weiter, oder? Auf der anderen Seite könnten wir ausräumen. Wir müssen sowieso ausräumen. Dann lass uns laufen. Ja. Ja, in eine andere Richtung, ne? Ja, ja. Direkt auf unser Bettchen zulaufen, ne? Genau. Na gut. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, ein oder zwei Plätze habe ich noch. Ja. Na ja, dann könnten wir... Ja. Wollen wir das jetzt da reingeräumt in ein Auto, gell? Ja. Ja, oder zum Trailerpark ist auch nicht weit. Da unten brennt wieder einer. Wo war der Trailerpark? Ja. Ja, da müssen wir da ein Stück über. Wir sind genau drauf. Geradeaus ist die... Ja, da fahren wir weg, ne? Müssen wir. Ja. Ja. Ich glaube, dass da geradeaus... Ach so, weil das so schräg runtergegangen ist, gell? Ui. Du, was brennt denn da jetzt? Das Schwein. Oh Gott. Fett brennt. Genau, da ist das Auto. Jawoll, genau das ist es. Ah, haben wir da was reingelegt? Ja. Oh, jede Menge. Pass mal auf, ich nehme. Jo. Sag, wenn ich raus muss. So, ich kann hier nichts mehr nehmen. Der ist erledigt. Okay, es feint trotzdem noch was. Ja, das ist gap in mir da. Na, der da hinten. Ach, ist schon geflogen. Den scrappe ich mir. Ja. Achtung, Zombie. Links vorne. Scheiße, seid ihr mit ihm geschossen? Boah. Das ist weg. Das war's. Hinter dir. Da ist ein Griecher. Oh, da kommt schon wieder einer. Ja, ich seh's. Auch von der Größe und so. Hinter unser Griecher. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Das war's. Ich bin nur noch wichtig. Der ist die Fliecher. Ich bin der Ruhe. Vollgas, ja, querfeldein und Vollgas. Sonst wird's eng. Dann kann ich nämlich in Ruhe Pfeile machen. Drillerpark müssen wir vor allem noch vorbeischauen. Das werden wir gleich am nächsten Tag angehen, ha? Mhm. Das werden wir dann gleich angehen. Ja, merkt man schon, dass ein bisschen händisch was erstellt wurde. Also der Termeppgänger wird ihre Einputzer tragen. Die ist schon schön. Also dieser, äh, dieses Dorf, wo wir jetzt waren, hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, da würde so viel Müll zum Herumkramen liegen. Rauf, rauf, rauf. So, da kommen wir wieder ins gemäßigte Gebiet. Da ist ja nicht mehr sonst weit. Ja. Ja, bitte. Mhm. Gleich sind wir auf der Basis. Ja. Ich glaube, ich brauche auch eine Pistole mit, weil... Naja, ich habe ja mein... Hast du noch der Schuttgang mit? Nein, habe ich nicht mit. Blöderweise. Aha. Aha. Ich dachte einen Platz zu sparen. Ne, gut. Mhm. Oh, sehr schön. Ich sehe schon unsere... Sie sagt praktisch die Lebensversicherung. Ich, ich, bitte, ich habe einen Knife. Ja, genau. Mhm. So. Home Sweet Home. Yes. Sieht man von der Weiten, nichts ist so beleuchtet wie dieses Gebäude. Das Home Sweet Home hat hier Löcher. Schon wieder. Ja. Okay. Und ich bin aus... ausmaus mit... äh... Kondition. Ich bin direkt hinter dir, wenn mein Blocksch in der Hand... Sehr schön. Ich hoppla gleich hinter dir rauf. Na? Na. Ja. Bin schon da. So, was habe ich denn hier drin in der Kiste? Muni. Sandwich. Ich hätte da, äh... Ja. Munition noch drin. Mhm. Die kann ich bei mir ausdecken. Okay. Naja, war ja gar nicht zu übel der Ausflug. Ja, einiges mitgenommen. Ein paar neue Sachen gesehen. Mhm. Okay, da gammelt was. Gappelt oder gammelt? Gammelt. Eindeutig. Ähm... Ja. Gleich... sind sie wieder da. Ähm... Ich bin ja nicht zu schnell. Ich bin ja nicht zu tief. Und dann... ... ... ... ... ... ... schon drauf. Na 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 na. Na 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 na. Jetzt darf es das aufgehen. Home sweet home. Gut, dann wird ausgeräumt und am nächsten Tag gehts Wetter. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und schaut wieder rennen, wenn Anwien und Tifra die Gegende konnten. Ciao. Tschüss.